so es ist mal wieder so weit eine halbe stunde habe ich noch zeit es ist mittwoch 24 6 14 11 um 15 uhr beginnt der replay und ich habe jetzt endlich mal wieder ein bisschen zeit hier freitags an der sonntag ich glaube samstag habe ich noch nicht freitag habe ich glaube ich noch zuletzt gespielt jetzt aber ja die letzten paar tage nicht weil bumsen und wir beschäftigt zu tun real life und so ich konnte tatsächlich obwohl schon die frau seit montag weg ist erst heute das erste beispiel weil ich war auch erschöpft vom vielen bums ja mach angeziehen so ach hier direkt mit der tastatur genau finde ein schiff nass gelige wir wollten ja dem typen helfen mit der perle wortwörtlich aber nicht wirklich machen oder wollen wir erst mal noch ein bisschen die map löten hier unten das war glaube ich das war schwer die hier waren auch schwer da war ich hier auf dem berg da genau da haben wir gar nicht daher wobei hier oben nicht hinkommen genau das war das und hier die waren ziemlich strong und wir geben aber erst mal wir gehen mal dahin oder hier so importen und zum west nähe wir gehen hier teufelsgrube und reiten quer fällt ein vielleicht finden und dann noch ein weiteres ok ja ein zwei fragen habe ich schon gekriegt wegen batman arkham knight das werde ich aber nicht spielen das ist technisch wieder mal sehr gut gelungen der konsolen port läuft auf xbox one und playstation 4 mit ach und krach auf 30 fps am pc gibt es ebenfalls den fps log und ja es läuft unter anderem der kanone denn mit den schnellsten e7 prozessoren und fetten grafikkarten ruckelt sich das spiel einen ab das ist eine unfassbar schlechte konsolen portierung wieder und wird nicht gespielt selbst wenn es gut wäre ich bin aktuell hier erst mal mit gta und hier wird dabei habe noch gut zu tun so da soll es hingehen man nennt es scherzhaft aktuell nicht batman sondern beta man was haben wir dafür ob es nicht nach wie zu den jungen so Oh, schön riding here, ride a soft song. Langsamer. Hier ist ein Dorf. Siedlung der Steinschneider. Pass doch auf. Halt doch deine Fresse, du. Halt dir auf deine verdammte Schnauze. Ah, hier sind Steinen. Ach, wie super schön. Du bist sofort wieder eingefangen von der Atmosphäre. Diese Düdelei-Musik. Wir sind hier schön am Steine kloppen, Wäsche waschen. Schön. Ja, geht die Tür hier raus. Aha. Da vorne ist noch mal was. Jetzt sind wir doch hier wieder zur Brücke rüber nach Dings, ne? Ja, ja, genau. Jetzt müssen wir gleich rechts abbiegen. So. So, warte mal, habe ich noch was offen hier? Schneller. Eine Hupe wäre noch gut. Das Ochsenfurt da drüben. Was haben wir denn hier vorne noch? Weiter so, Blitze. Ich steig schon mal ab. Wenn mir der scheiß Gaul hier nicht wieder ausrastet. So, wie war noch mal der Knopf? Wer will neu, ne? Ja, ja. Okay, jetzt mal schön Feuer, äh, Honig einsammeln. Na, genau. Verdammt, bist du hässlich. Ach, der Ertrunkene! Ja, haut ruhig ab, ihr Fotzen! Ach, kack, jetzt habe ich das Ecki mal getroffen. Ich wollte das gar nicht. Was ist das? Ist hier noch ein Ghoul? Ah, da ist noch ein Ghoul. Oh, das ist gleich Double-Monster-Nest hier. Nimm, nehm, hebe! Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Kabo? Das Bock. Monster-Ei. Okay. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Ja, bitte! Woldener Ring, Knochenmark, Rad. Ah, noch süß. 900 XP. 55 hier, wenn man diese Dust-Burg-Chance auf verbrennen. So. So, dann gehen wir noch mal ein paar ertrunkenen Teile einsammeln hier. Was war eigentlich noch mal dieses Ecki mal, was wir gerade gesoffen haben? Ecki mal, Ecki mal, Ecki, Ecki Pateng. Ach, da ist es im Dings drin, ne, natürlich. Feind zugeschütteter, Feind zugeschütteter Schaden, regeneriert Vitalität. Ach, so. So, das muss natürlich wieder weg und dann muss wieder rein. Was haben wir da drin gehabt? Verbesserte Schwalbe, genau. Und oben hatten wir den Dings, ne? Ja, Donner, genau. Aber Ecki, Ecki mal es gut. Ein guter Absurd. So, jetzt haben wir hier neben noch eins gehabt. Ach, ne, das war hier vorne. Aber wir gehen, glaube ich, erstmal... Ja, wir gehen erstmal hier, dann da, dann da und dann da. Vielleicht finden wir hier auf dem Weg darüber auch noch andere. Ha, 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 ha. Plätze! Kann aber die Steine jumpen. Oh, hey, super Pferd! Oh, da vorne sehe ich schon ein paar Betrunken. Nee! Ah! Oh, da vorne sehe ich! So, da vorne sehe ich schon ein paar Betrunken. Oh, da vorne sehe ich schon? Oh, da vorne sehe ich schon ein paar Betrunken. Ha ha! Ach, der kann mich ja hier dikst. Bestimmt wieder nur irgendein Geschwafel. Oh, war das ein ertrunkener Mutagen? Das ist natürlich gut. Damit könnte man vielleicht was machen. Nö. 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 Also ich meine, das ist hier wieder nur eine Geschwafelgeschichte und... ...einen Schlüssel und einen Zettel und... ...ja, ja, ich hätte auch noch so einen Typ daneben. Oh, Magdaira Küras. Wo wie gerade langschwellt. Verbesserter Petrusfilter. Ich hab grad Penisfilter gelesen. Assassinenstiefeljägeros Marakole. Toll! Ist ja wieder gelohnt. Gibt's nicht zum einen sagen, isst alles hier Scheiße. Das haben wir doch schon tausendmal... Oh ne, Nieswurzblütenblätter, die klingt noch nicht ganz so oft eingesammelt. Diese Blütenblätter der weißen Blah, hier Schölkraut ist das, ne? Ne, Molyphile, aber auch das ist nichts besonderes. Aber diese Nieswurz habe ich glaube ich noch nicht so oft eingesammelt. Das ist Schölkraut, genau. So, Weltcorridor, da müssen wir jetzt ja hier am Ufer entlang schlünzen, hier hinten in die kleine City. Mariamatsu Fuchs. Blutnuss. Blutnuss. Das er nicht so im Rennen sammeln kann, das hat man natürlich, ich muss ihn mal so abbremsen, das ist immer blöd. Oh, was ist denn da? Gule, oh. Blutnuss. Let's go. Ah, wir haben einen Feind, Alter. Ah, wir haben fast ein Geil, Alter. Komm her. Ein Feind, Alter. Monster Hair, Monster Brain. Das ist ein Geil, Alter. Das ist ein Geil, Alter. Ein Truel. Noch eine Kiste. Das kannst du behalten. Ich hätte jetzt fast mit gerechnet, dass dann hier wieder Leute kommen, die hier reinziehen. Oh Mistel ist gut. Oh, ein Kriegsball. Oh, Stufe 15. Plus 30, Alter. So ist das. Ist hier noch something zum trockenen Fisch. Da war kein Fisch. Ein Böckli. So. Was haben wir da vorne? Verlassene Städte. Nicht mehr lange. Oh, das ist ein Ohr. Hallo. Ach, der kann die heilen. Oh. 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 was für ein grünes ding die typen kombine das ist ich behalte dich im auge willst du etwas kaufen zeig mal was du anzubieten hast ich hab so ein paar ist hier so ein bisschen krank aus kann sein kein geld mehr was da los so was ist haben wir denn hier alles schön saft bine smaragde diamante ist also teuer was hat er denn hier unten noch das ist hier wieder wachs alle federn nehme ich noch mal ein bisschen wachs Öl und Farbstoff hier was da, Silberplatte, Kohle was hat denn für den Elfenwitzstein kann nicht schaden kann nicht das wir nutzen hier noch ein paar Perlen und Steinchen so gut dann können wir ihn ja wieder ein bisschen weit von unseren Plünen abdrehen 59 mal rock ah der hat Waffenreparatur-Sets ne dann komm noch mal eins dann kannst du nämlich wieder noch meine Stiefel haben ja bis dann du wirst nicht mehr so übermütig sein wenn dir die Männer das bei uns denn hauschen sollt haben hier übrigens nur so von schrecklichen Wesen Kobolde, Samurilas, Blender, fliegende Drachen, Hecke und so gehen wir da jetzt um und jetzt war uns Schmähde boah ist mir ein riesen Schiff angekommen ah jetzt läuft doch das Fährhaus wieder ha 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 dank uns ich brauche mal über 800 40 Schmähler versteckter Schatz nilfgardische Notiz so, komm in die Armee, sagten sie du tötest Nordlinge, sagten sie du trägst das Banner der großen Sonne zu den Drachenbergen du machst den Kaiser stolz also melde dich mich rein und schick mich nach Willen wenn der ganze Neue ist wie Willen, dann schwöre ich bei den Göttern dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was wir überhaupt wollen nicht als Dreck, Schlamm und Gräber ich bin schon seit 200 hier aber ein Redania habe ich seitdem nicht gesehen statt zu kämpfen sollen wir irgendwelche Aufträge gelegen einer absurder als der andere jetzt hat uns der Feldwebe losgeschickt um irgend so eine Truhe zu finden wir sind schon seit 3 Tagen in diesen Sümpfen unterwegs das einzige was wir bisher gefunden haben sind durchlöckerte Stiefel und ein Kuhschädel so eine Zeitverschwendung aber wenn wir ohne die Truhe zurückkehren werfen sie uns ins Loch und ziehen uns 3 Wochen vom Soldab also suchen wir weiter für den Rubensvaterland den Oh shit, das ist er. Weg, springen, verbot. Die Metirium-Barren, ein paar Floren. Das war jetzt nicht so der Riesenauftrag. So, bei irgendeinem Mutageen haben wir noch gefunden. Nichts, was uns hilft. Wir brauchen hier noch so einen Weitschraten, Muttergehen, hier so ein Short, Muttergehen, Sukkubus, Mittagserscheinungskrappspinnen, Katakarn, Helfer. Ja, ihr braucht mal vier Stück von jedem, alter Schwede. Von jedem vier. Erschöpfte, erhöhte Erscheinungen, den zugefügten Schaden verrät den Schein, den Erscheinungen bewirken. Gabelschwanz, Gabelschwanz, Muttergehen. Doppler. Alter, Waldschrat. Muttergehen vom alten Waldschrat, Algool. Kleines rotes. Adrenalin-Punkte werden außergewöhnlich schnell generiert, bis der gegnerische Angriff erfolgreich ist. Bis der erste gegnerische Angriff. So, jetzt haben wir es halb. Ach, hier drüben sind noch mal ein paar, ne? Ich glaube, wir werden mit dem Schiff vielleicht drüber fahren. Was war da denn noch los? Ach, da war es mir auch noch. Wie gesagt, Großstory-mäßig geht jetzt nicht mehr. Wir fangen, also in wenigen Minuten geht es los mit dem Replay Wednesday. Ein paar Replays von euch. Replay-Cookiesieren. Oh, ich muss nochmal abkacken gleich. Es braut sich was zusammen, ich merke es schon. Was? Was? Oh, mich ruft gerade den an. Einmal mit. So. Da geht es auch schon. Whitey. Oh, wie viel Kohle gab es? Ich habe gar nicht gesehen. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Ach. Dein Kauf, ey. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. 160 Mark hat auch kein Geld, ne? Aber jetzt sind meine... Ja, ich habe ja so ein paar Wurzeln, ne? Aber hier haben wir auch noch. Nehmen wir nochmal auf zwei mit hier. Können wir nicht schreien. Mistel. Dann haben wir... Nostrix. Ich brauche nochmal drei mit. Longgrube. Sagt mir auch nichts. Geistblatt. Geistblatt. Pusse mal. Schleier nehmen wir. Das haben wir auch schon alles. Playball. So, was brauchen wir denn da noch? Da brauchen wir... Rubedo. Aha. Verbessertes Hybridenöl. Ein Irinienaugel. Verbesserter Petris-Filter. Erhöht die Zeichenintensität. Wir haben alles. Wir brauchen Petris-Filter. Goldener Pirol. Goldener Pirol. Schautkühle. Monster-Code. Ach hier, was war das? Rebis. Nigredo. Ja, das habe ich noch nie gesehen, das Zeug. Kirschliebke, Allraumliebke. So. Dann gehen wir durch Ochsenfurt durch und da fahren wir mit dem Schiff. Ja, wir fahren hier mit dem Schiff rüber. Ah. Ich wollte gerade so einen doppelt Wegpunkt setzen. Aber das geht ja gar nicht. Ja. Ja, ich habe gesehen, hier... Ach, man sieht jetzt auch unten rechts so den Giftschleier. Das heißt, wir haben so einen Absolut drin. dass wir so ein bisschen vergiftet sind. Da sind Ecki mal. Hier anfangen wir. Oh, Waterless. So. Forgotten, ey. Ah. Vielleicht schaffen wir noch einen oder zwei. Ich muss einfach noch kacken. Und dann... Geht's los, wie gesagt, mit Replay-Wan-Straight zum BD. Ich habe mich in Wysi mal gesehen. Ja, und? Oh, ran ans Steuer, Junge. Oh, geradeaus rüber setzen, aber wir machen Sicherheitshalber noch mal hier so ein Ding. Boah, wie war euer Wochenende so, was habt ihr sogar gemacht? Gemaked. Ich habe mir ein Vehikel klar gemacht. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Boah, hinter den Bäumen kommt die Sonne vor. Boah, das war sehr schön, die Bäumchen. Ochsenfurt im Dings. Hat schon so seine schicken Momente, das Spielchen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich muss mich konzentrieren, dass ich mich nicht einschneiße. So blurrt es sich gerade ein zu rechts und äh... Ich muss gleich auf den Pott. Raussteigen. Was ist hier für eine... Level zwölf, Bär? Na, ihr Feuern, du Arsch! Hör mit deinen Fäh, Junge. Oh, hier ist die Pilze, die wir gerade gekauft haben. Banditenlager! Oh! 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 Alles leer. Oh, wie gut. Das seh ich anders. Hä? Die Parade nader. Hit me, baby, one more time. Ah, da ist noch someone. Aber der gehört, glaube ich, nicht zu der Bande hier. So ein behinderter Wolf hier, interessiert mich nicht. In der Weihnachtsbäckerei. Achskämpferstiefel, verbessertes Reliktöl. Hm. 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 Den machen wir noch. Den da hinten schaffen wir gleich noch. Da müssen wir aber auf Spurti aufsteigen. Das ist nicht dein Tag. Oh, der ist ohne Not. Gut. Ich komme schon, Baby. Das ist nicht dein Tag. Ja. Tja. Ende im Gelände. Du hast gar kein Mädel. Nur wenige helfen heute noch einem Elfen. Ich möchte dich dafür belohnen, Badgarn. Komm ins Lager in der Nähe. Dort hab ich was für dich. Oh, ein Saphir-Staub. Sehr gut. Das Lager in der Nähe. Wo ist denn hier ein Lager in der Nähe? Na, ist aber egal. Wir hören auf. Oh. Oh, ja. Wieder mal ein bisschen gelootet. Jetzt haben wir bald nicht mehr viel. Bald geht's weiter mit Story Parts. Und jetzt muss ich das mal auf den Pott. Und dann gibt's Replay Wednesday. Auf Wiedersehen.